Was bitte qualifiziert Sie als Spender? Ich würde sagen, ich bin ein recht intelligenter, gut aussehener Mann. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Wie bitte? Nur für die Akten. Ich nenne mich Mr. Parker. Mein Partner ist Mr. Longbow. An irgendeinem Punkt wurde uns klar, dass unser Weg vorherbestimmt war und dass wir der Welt nichts zu bieten hatten. Also gingen wir vom Wege ab und machten uns auf die Suche nach dem Glück, von dem wir wussten, dass es auch uns sucht. Das war der Stand der Dinge. Keine Entfernung ist größer als die von einem Kidnapper zu seinem Lösegänge. Aber mit dem Rumpffuschen sollte jetzt Schluss sein. Mir wurde gesagt, dass Sie für Geld auf das Leben einer Frau pfeifen. Nicht für Geld. 15 Millionen Dollar. 15 Millionen Dollar. 15 Millionen Dollar. Du bist hier, ganz offen gesagt, weil du nach dem, was in Baltimore passiert ist, zu kaufen warst. Bring mir mein Baby wieder. Was für eine Entführung ist das? Habt noch Zeit? Die ganze lange Nacht. Ich mach keine Bewegung. Mist, den Mist. Ihr seht bestimmt, dass hier Pistolen im Spiel sind. The way of the gun. Du bist das Hirn vom Ganzen oder sind es... Ehrlich gesagt, Hirn ist nicht nötig bei dieser Operation. Ah!